Herzlich Willkommen bei der Firma Hänsel. Wir sind hier im Familienunternehmen Hänsel. Das Unternehmen gibt es seit 1964. Wir sind praktisch jetzt die dritte Generation und sind auch drei Generationen hier aktiv bei uns in der Firma tätig. Zu unseren Aufgabenfeldern gehört vom tropfenden Wasserhahn über den Neubau eines Einfamilienhauses, sprich die Heizung und die Sanitärinstallation, bis hin zum Wohnungsbau und der Industriebau. Mein Name ist Manfred Wegmann. Ich bin hier der Bauleiter. Alle Absprachen, die wir tätigen, werden eigentlich fast nur mündlich oder direkt auf dem Bau besprochen. Hier zählt das Wort noch und das ist für uns auch sehr entscheidend. Aus dem Herzen des Elbe-Weser-Dreiecks betreuen wir Kunden in ganz Deutschland und unterstützen unseren Kunden von der Planung bis hin zur fertigen Ausführung. Ich habe bei Hänsel gelernt. Ich bin mittlerweile schon 31 Jahre dort tätig. Die Monteure sind hervorragend ausgebildet. Wir sind serviceorientiert. Wir sind für unsere Kunden da und bieten vielen Leuten einen sicheren Arbeitsplatz. Auch das ist heutzutage sehr wichtig. Zurzeit sind bei uns im Unternehmen 50 Mitarbeiter angestellt, davon vier Auszubildende. Besonders viel Spaß macht mir der Bereich Heizungstechnik. Eine normale Arbeitswoche sieht für mich so aus. Zwei Tage in der Woche gehe ich zur Berufsschule und die restlichen drei Tage gehe ich zur Firma und arbeite dort. Ich bin seit 1986 hier in der Firma tätig und seit 2000 bin ich hier Angestellter Meister. Es gefällt mir einfach zu arbeiten.